Königin Sophia und ihr Ehemann, König Karl Gustav, haben so einiges zu feiern. Am Sonntag, den 19.06. feiern sie nicht nur ihren 40. Hochzeitstag. Die 72-Jährige kann sich außerdem noch über ein weiteres Jubiläum freuen, nämlich den 40. Jahrestag ihrer Krönung. Silvia verrät gegenüber Svenskdam.de, dass sie und ihre Familie gemeinsam auf Öland feiern werden. Und außerdem fügt sie hinzu, ich hoffe auf eine Überraschung. Na, was die Königin wohl damit meint? Bislang ging man davon aus, dass Madeleine und ihre Familie nicht zu den Feierlichkeiten ihrer Eltern anreisen können. Doch offenbar besteht nach dieser Aussage von Silvia doch noch eine kleine Möglichkeit, dass auch ihre jüngste Tochter sowie Schwiegersohn Chris O'Neill mitsamt ihrer zwei putzigen Kinder Leonore und Nikolas zu Besuch kommen werden. Das wäre für Silvia und Karl Gustav mit Sicherheit die schönste Überraschung. Bleibt abzuwarten, ob das Paar aus London anreisen kann und ihren Eltern damit mit Sicherheit eine riesen Freude bereiten würden.